So, nachdem wir jetzt mit Trevor gespielt haben und mit Michael gespielt haben, würde ich sagen, ist es eine Runde Zeit für unseren Franklin. Come on. Gut, Franklin. Weichern wir erstmal. So. Ich hatte nämlich heute schon zwei Stromausfälle. Es muss nicht sein, dass jetzt mitten im Spiel ungespeicherter Fortschritt verloren geht, nur weil mal wieder der Strom ausfällt. Manchmal komme ich mir vor, als ob wir hier in irgendeinem dritte Weltland leben würden und nicht mitten in Deutschland. So häufig wie hier in der letzten Zeit der Strom ausfällt, wegen unterschiedlichsten Gründen. Erst dachte ich ja immer, das wäre irgendwie meine Schuld, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, vielleicht zu viele Geräte am Laufen habe oder sonst irgendein Driss. Nein, ganz im Gegenteil. Da wird uns ein F angezeigt. Was geht da ab? Beverly. Ja, den Paparazzi wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Da wird mir ein F angezeigt bei meiner wunderbaren Tante. So, Trevor, ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat, aber für diesen Job, den ich plane, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zu einem Schießstand in Abonation. Mach ich, Trevor, mach ich. Antworten wir mal ihm. Das ist immer höflich. Du bist besetzt. Ah, gut. Sehr geehrter Mr. Clinton, hier die Übersicht der Mieteinnahmen. Los Santos Customs, 1600. Gut, wunderbar. So bringen die ersten Immobilien schon mal ein bisschen Money. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bye. Macht Spaß. So macht es Spaß. Da hat mir auch diese Spezialfähigkeit nichts mehr genützt. It was my friend, it was truly was. So, Tantchen, da sind wir wieder. Hast du uns vermisst? Nein. So, hier war die Einfahrt. Fincha. So macht es dann, Funtchen. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hmm, hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grade, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And Aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. This is $7. I said something nice, not expensive. You want to be greedy fuck out? Huh? No. Now get the fuck out here. All right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? You're with the boys, the boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Back on the streets again. Ooh. Not far away, the Grove Street. The good old one. The one we still know from GTA San Andreas. We shut the shit up. Spraying some other fuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh. First rule of business. Hey, since we're out here banging, either of you got some dust? Food wanna get butt naked? Huh, I'll get wherever it takes me home, boy. Homie live up here. Hey, look, everybody be cool, man. The more about to do is thing, alright? Get out of here. In Karls' altem Haus? CJ Johnson. Der Hauptfotagonist von GTA San Andreas Teil 3 war das damals gewesen. Amazing Spiel. Wenn dieser, wenn diese Teile hier gut ankommen, werde ich den auch spielen. Also, zumindest als RP. Okay. Courier service. Packers to collect. You got to grab. Present in the counterfall. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said you're leaving. Hey, give me that. Give me that back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's a motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking bars' remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Fuck off! All you motherfuckers are shit! Get scared slow. Don't worry about them. We got to move. Fuck. They cross the bed. We on foot now. Run, shot, run. Go, Cap. Come on. Let's clear out. Bang me. Oh, it's okay. We rolling, man. We rolling. Hey, now we got kicked out of here a long time. Hey, we out of here. Drop the heat, motherfuckers. Where is it? Let's move. You're the new kind of hook, motherfucker. What's up, folks? This is my business. Hey, the breeze flashed around here, huh? We rolling, man. We rolling. God damn it. He's dying. He's dying. He's my brother. Hey, we out of here. Hell, man. Shit. What's up, folks? What's up, folks? He's dying. He's dying. Let's move him. They're gangging up on me. You're gonna let me and my boys go? They're leaving. These guys ain't taking kindly to my presence. We rolling, man. We rolling. Okay, let's move on to Trevor. Let's move on. Let's move on to the Waffe. So. Let's go. BAMS. Let's go. was hat so gut angefangen es hat so gut angefangen wir waren mittendrin gewesen so oh man get them fools first jack so bleibt schön liegen oder ich selbst hingefallen bleibt liegen jetzt nicht mehr das ist ich bin ich bin das die 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 auch einen wunsch erlebt noch irgendeiner so jetzt nicht mehr so wer will noch was er hat noch nicht ich habe ihn schon gesucht so schlafe er gut so lauf make sure no we are not Oh! Okay. Ich war noch nie gerne ein Freund vom großen Fliegen gewesen. So. Komm, stört schon ab. Na gut, dann halt nicht. Okay. 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 pumped auf uns zu? So, wie soll es auch anders sein? Fly us. Ja, da fliegen wir direkt mal hin. So, sieht alles gut aus. Ja. Das dürfte jetzt reichen. Hier sind wir am Airport. Die Einflugschneise. Direkt ein Küstenwachenboot. Rechte Hand. Steuerbord, glaube ich, ist das. Den Pfeiler wollen wir nicht mitnehmen. Ah, schon wieder neuer Umschraubschraub. Hat mich aber nicht gesehen. Gott sei Dank. Bestanden. Exzellent. Stadt-Safari. Puh, Freunde, ich kann euch sagen, das hat Spaß gemacht, mal wieder in der Grove Street ein wenig für Chaos zu sorgen. Wie man sieht, es ist alles in Ballers Hand. Nachdem die Grove Street Gang weg ist von CJ Johnson. Na ja, egal. Ist halt so. Kommen Sie noch heute vorbei, wenn Sie sich unsere neuen Reihenfeuerpistolen zu holen. Eine innovative, leicht zu verbergende Waffe von hoher Durchschlagskraft. Klingt gar nicht mal schlecht. Könnte ich durchaus unter Umständen mal machen. Aber erst mal werde ich euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn denen so ist, Freunde, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich. Doktis, fahr runter zur Küste, nee. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Support ist kein Mord. Lasst ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Liken und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif. Macht es gut. Heute mal mit der linken Hand. Ciao.